bono meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal mit mir den blaze mhd lange 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 gab es keine videos von meiner seite aus weil ich ab und zu auch die zeit nicht immer so hatte arbeitstechnisch und 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 jetzt habe ich ein bisschen losgefunden paar projekte habe ich wieder in angriff was ich vorhabe und so was denn halt thema ist ist denn dass ich gerade habe versucht streams zu machen beim nächsten hat nicht so geklappt beim nächsten stream weil ich versuchen das beste zu machen weil ich habe versucht will versuchen reaction stream und so dies das und lava stream zu machen zu machen und ja und eine weitere neue info ist dass ich bald auf twitch stream möchte mini game stream und auch reaction stream unterhaltung stream machen will habe ich auch vor aber ich werde wahrscheinlich erst ab nächsten wochenende das ist der klein moment kleine momente kleine momente das ist der am 22 1 will ich wahrscheinlich schon versuchen auf twitch ersten stream zu machen davor in der woche will ich versuchen die videos hochzuladen weil nach dem video lade ich ein paar paar mini game videos auf wenn ich hochladen die werden wahrscheinlich mit wenig video bearbeitet also kaum geschnitten werden aber die nächsten videos versuche ich dann wieder zu schneiden und thumbnails drauf zu klatschen aber wegen zeitmäßig weil morgen schon montag wieder ist und ich wieder arbeiten bin weiß ich nicht wie ich das zeitlich schaffe und ja ob ich in der woche mal ein in-game stream machen werde oder reaction stream weiß ich auch noch nicht so ich tendiere eher wochenende freitag sammler sonntag und ja wie gesagt ab nächster woche den halt auf twitch streamen und ja videos aufnehmen habe ich dann aber so ob regel ob ich das regelmäßig schaffe weiß ich nicht aber ich gebe mein bestes wie ich das zeitlich schaffe und und so und ja auf youtube werde ich trotzdem dann auch mini game stream und reaction stream machen aber auf twitch auch ab und zu da auch mal einen start mal rein zu bekommen bei viele streamen auch ab und zu auf twitch und ja und wie gesagt wie bei ähm wenn ich halt mini game streame über ps4 wenn ich ein game stream ist es ja einwandfrei aber wenn ich halt bin ich halt äh zwei game stream muss ich halt splitten das heißt ich muss eigentlich den stream kurz ausmachen und wieder direkt an machen um das andere game zu streamen was anders nicht geregelt werden kann weil ich keine agator habe und weil mein rechner nicht stark genug ist aber da sehe ich das kleinste problem im auge und ja videos ist ja kein problem dies als ananas und ja ob es am tag ein oder zwei videos gibt ich werde glaube ich jetzt mal versuchen ein video am tag zu laden und wenn ich genug zeit habe dann halt mal ein zweites video am tag hoch zu laden und dann vielleicht auch mal in der woche mal eins gaming stream oder reaction stream zu machen weiß ich noch nicht und ja ähm das ist halt die kurze info dass ihr auf dem neuen stand seid aber bei den nächsten videos die es wie kommen wird werde ich das dann auch ab und zu ähm drauf erinnern ersten videos wie gesagt schon weiß nicht ob ich das mit schneiden schaffe weil ich ein bisschen noch stress bin aber ich werde die nächsten videos dann starten mit intro outro und thumbnail und so und ja dann seid ihr ihr erstmal auf den neuesten stand und ja dann sehen wir uns im ersten video auf meinem kanal und ja dann gucke ich mal wie ich das schaffe aber irgendwie kriege ich das schon mal geregelt denke ich mal schon wird alles irgendwie hinhauen ich halte euch immer auf dem laufenden ich werde euch infovideos geben weil ich kann die youtube livestreams nicht planen wenn ich über ps4 streame außer ich krieg die eine sache hin aber das werde ich wahrscheinlich am montag erst testen heute abend heute kommt dieses video online heute abend hatte ich vielleicht vor auch games zu streamen aber weiter nicht so 100 prozent aber ich denke schon da werde ich es noch nicht probieren aber im nächsten fall habe ich versucht mit dem trick das irgendwie zu planen den stream aber ja das ist ein anderes thema ihr seid erstmal auf dem ersten stand und halt die info dass ich wahrscheinlich dann heute wenn das wieder online kommt auch ein stream raushauen möchte wenn ich das zeitlich schaffe aber haupt noch einen schönen tag ich habe heute noch ein bisschen was zu tun ich muss ja nach dem video das schnell hochladen und ein paar andere videos noch aufnehmen und ja haut rein euer bless game hd ciao 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 Vielen Dank.